Musik 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 und kann hier voll zum Zug nah werden und ändern kannst du zu viel Luft nicht nach vorne Luftdruck zu fahren Die grüne Fahrt gibt es auch so für den Schönenmann Thomas mit vor 5'000 km Jawohl! 5'000 km und es geht ziemlich vorwärts Jawohl! 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 Und dann geht Bosch ab in die Autosportfahrtskloch Ready! 8'000 km! Viele Nice organizing Jawohl! hoping Ist der nächste Weg? Der Weg ist einiges Problem, wenn wir in die Pferde danken, dann wäre es einiges Problem. So toll! Wir kommen hier in den Sportmarkt vor. Und wir treten direkt an die Türe und die Mitte. Die Türe können wir anbauen, dass die Hände aufbauen. Das ist der Zettel von Kallnach mit der Zettel mit Schandier 16.30. Das war's für heute. Und dann geht's gut. Und dann kommt die los. Genau. Entschuldigung Mit Flitten und offener Rettung mit dem Brunnen und der Stadt Flittenkoppel. Mit Flittenkoppel 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 Mit Flittenkoppel